Du kannst so schneller fahren als ich? Weil ich fliegen kann. Das ist voll mies. Hallo, mein Freund, weiter geht's im Project Ozone. Heute haben wir Yama leider nicht dabei. Der wird wahrscheinlich auch nächste Folge Project Ozone nicht dabei sein. Aber guck mal hier, Yama hat hier was gebaut. Der hat hier so Windmühlen gebaut. Ich hab gebaut. Oder Duffy, du hast es gebaut? Ja, denn bei mir gibt es diese Woche sechs Folgen Project Ozone. Weil ich nicht wusste, ob ich es heute schaffe. Und schon mal vier Folgen vorproduziert habe. Ah ja, auf jeden Fall geschieht hier einiges für Energie. Ich weiß noch nicht, wofür das alles gut sein soll jetzt. Mechanism, Stahl und sowas. Okay, also auf jeden Fall haben wir hier eine Menge Energie. Drei Millionen? Oh ja. 6.011 pro Tick. Naja, das ist ordentlich. Hier machen wir auch richtig schöne Energie. Aber ich will ja auch das Haus mal ein bisschen weiterbauen. Das wird da auch mal vorankommen. Ja, dann müssen wir die hier irgendwo anders hinziehen. Weil ansonsten haben wir keinen Wind mehr. Ich hab mir gedacht, wir könnten ja auch sowas wie ein Dings hier machen. Auch sowas wie eine Terrasse noch oben. Mhm. Ne? Würde mir recht gut gefallen. Das heißt, ich mach jetzt hier mal so. Da, Holz. Und äh, dann ziehen wir hier. Ne, ich mach das hier noch eins höher. Direkt neben Lava. Äh. Ja, wenn wir Glück haben, brennt's nicht. Äh, es hat schon mal gebrannt. Hat schon mal gebrannt? Ja. Naja, äh. Wenn ich da, müssen wir das mal umbauen. Woanders hinbauen. Moment, brauchst du noch Holz? So, äh, ich hab noch. Ich hab noch. Also das geht noch. Wie willst du das eigentlich bauen? Einfach komplett nach oben, oder? Äh, ja, teilweise. Äh, ich werd das schon machen. Ich werd das schon machen. Lass mich einfach mal machen. Weiß nicht, haben wir hier auch sowas wie mit Ruhekraft diese Säulen? Ne, ne? Könnte sein. Kannst du da mal durchschauen? Ich hab 550 Items. Es kann ein bisschen dauern. Okay. Also 550 Seiten. 550 Seiten? Ja. So viel? Ja. Können wir einfach Pillar... Ähm, naja, gut. Nein. Wieso bin ich da jetzt nicht raus? Soi. Das ist, weil ich hier noch drin war. Okay, das ist ein bisschen verpackt. Ähm. Oak. Auf jeden Fall eine Menge Zeug. Was zeig dir mir denn bei Eichen an? Oh, schicke Schwarz-Eichenholz-Werkbank. Es wäre gut, wenn wir hier irgendwie was machen könnten, dass hier nicht immer Schnee liegen bleibt. Okay. Gern geändert haben. Ne, ich sehe nichts. Du kannst aber die Blöcke wieder zerschneiden. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ein Eichenholzbretter unmögliches Objekt. So. Äh. Wo ist denn eigentlich der Eingang gewesen? Ach, der ist da. Gut. In der Bielenbahn. Heißt hier, das können wir eigentlich so machen. Dann, äh, machen wir hier zu. Äh, nee, so. Das da kommt wieder weg. Ich finde den Baum so schön. Und ich muss meine, meine, ähm, Dings, meine Breithacke mal wieder reparieren. Dass ich noch Feuersteine habe. Irgendwo. So, dann machen wir hier. Warte mal, haben wir, haben wir, haben wir irgendwie, ähm, 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 am Grasblock? Äh, bestimmt. Ach, mein Zerfagin ist das immer noch dabei. Was ist denn hier alles drin? Rüstungen, alles. Wie hoch willst du nur noch bauen? Ich brauche auf jeden Fall viel Erde und einen Grasblock brauche ich. Viel Erde und einen Glasblock. Ähm. So, also, ich mache hier jetzt so eine Art Trennung. Ich kann dir Silktouch bauen, Methas. So, das ziehen wir hier von rüber. Brauchst du eine Silktouch-Bezacke? So, hier machen wir die Trennung. Methas. So, und dann können wir das Haus dann noch ein bisschen hochbauen von da aus. Aber hier machen wir erstmal dann vorne hin. Das hier wie eine Targasse. Komplett nach außen ziehen. Ja, 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 ja. Äh, gibst du mir, gibst du mir? Bitte. Komm schon. Oh. Ich will das aber haben. Gib mir das bitte. Ich habe es dir doch schon hingeworfen. Oh. Da oben lag es. Hast du das nicht eingesteckt? Nein. Ich habe es auch nicht eingesammelt. Halt den Diamant-Zauberstab. ich hab das zeug nicht echt nicht es ist sehr komisch hättest du vielleicht in irgendeine truhe tun sollen ist aber nicht da wieso nicht ich hab's wirklich nicht wegschnee mann es wirklich nicht eigentlich um das schwert zu reparieren reparatur blauer schleim ne gut da habe ich ja das ist gut komisch doch was wie ging denn das jetzt mit dieser behutsamkeit ich brauche immer noch erde und er ist hier er ist hier bei der mal schleimiges gras ne schleimiges gras will ich ja nicht ich mache schon mal erde da oben hin ja vielleicht gar nicht so um die einzige was ich habe ist dieser starb ja den habe ich dir dazu geworfen ja wie funktioniert er jetzt du musst zeug durch aluminium brauche ich dafür du musst zeug im inventar haben und dann kannst du halt wie ein zauberstab das zeug machen okay da dual aluminium wie wurdest du da kupfer und aluminium oh je dank wo kupferblock ist da moment bist du schon du bist doch schon dual dual aluminium hilfe da da ist ja noch das zeug drinnen für den nächsten ding so oder komplett natürlich komplett wow das ist jetzt eine ganze reihe naja das sind halt die zauberstäbe das finde ich mal richtig nice geht das richtig gut voran ja deswegen äußerst vom vorteil wir müssen dann nur die das ganze zeug mit energie wieder umsetzen so ok gut ich mache hier ein mache ich wieder raus oder gras wachsen soll kann man nicht nur drüben leute ich hier dann darüber noch schmolzen ist einsetzen machen wir einfach ein eisen eine eisenspitz hacke der eisenspitz hacke ja mit behutsamkeit das ist doch toll breit das ist gut ich habe jetzt mal die breit habe ich noch mal ja erde mach mal hier 23 23 23 nein gerade nicht weil ich will hier das so ein bisschen so dann haben wir hier kann man hier so eine doppeltür hin machen so dann machen wir hier meine bessere gerüstung fällt mehr auf wieder ab nee nee hier machen wir die fenster ruhig ein bisschen höher so genau ich bin mal das ganze ein bisschen höher mittels ja das ist schön dass du unterwegs bist so also auf jeden fall brauchen wir auch glas wir müssten meine wüste finden hier habe ich noch okay für dich schenke ich dir ja da hebt die mal auf hebt die mal auf ich habe jetzt nicht also wir haben haben wir nicht irgendwo sand ich habe eine sicht hat spitzhacke ich brauche die nicht aufheben du hast es auch so schön gesetzt dass mir diese truhen nicht mehr öffnen kann ja dann macht er das kurzfristig weg was ist denn da das problem so irgendwo muss doch sand sein machen wir damit ja mal zusammen wenn ich keinen sand also ich finde die dinge die dinge sind ganz schön laut weißt du das ja ach du hast es ja noch nicht mal gehört eisenbosen eisen musste auch noch hören das ist richtig tun habe ich hier irgendwo sind nein nicht irgendwo sand finde ich kein eisen mehr da drin können uns schnell auslassen hier aber schon schade dass wir hier kein eisen mehr wagen guss form und eisen auch hinein ja kommen wir mit mir das höre mal diesen ja ich muss hier schritt für schritt nach unten weil wenn ich zu schnell runter gehe dann gibt es da eigentlich bin gerade auf dem weg nach unten ah es wackelt hier ab alles ja lass es nicht ab wackeln dahinter das mach mach den dings am besten woanders sind den copy generator wäre ganz günstig sehe ich nicht mehr wo du hin bist ich bin ja auch weg ich bin gar nicht mehr auf der insel bist du mit den portalen weg oder nein zu fuß oh ich suche nach sand da hinten ist glaube ich was dann ja sagen wir einfach mal ob wir mit uns irgendwie finden ach da auch da bist du eh hallo mythos ja hallo aber ich glaube da hinten sehe ich sand dann holen wir uns das ja natürlich bin ich da rein äh ja das ist schön mhm du kannst so schneller fahren als ich weil ich fliegen kann das ist voll mies hier mythos schau mal was denn was denn schauen hoch und runter und hoch und runter ja das ist schön für dich ja diamanten ich brauche ja dann sammeln sie ein ich brauche sand tschö braucht die die ja es ja nur um dir auch so ein fliegen dings zu bauen ich hoffe dass ich das teil für sand verwenden kann mhm oh nö hab ich irgendwas in meinen Taschen dabei äh ne das ist ne kuh die die ist harmlos das ist auch alles voll mit loot packs und drei am so am bosse ambi okay gut dann versuchen wir mal dann wie viel sand brauchst du hab ich eigentlich ne schau äh was ich jetzt brauche ist platz hast doch dein äh ja 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 ist mir auch gerade eingefallen da pack ich jetzt erstmal alles mögliche rein ich so jetzt auf anhieb nicht brauche ähm so das packen wir auch da rein schauen wir mal jetzt sollte ich erstmal platz haben kann auch einfach mal weiterfliegen ob da noch irgendwann die wüste kommt so ähm ja die wüste ist mir gerade egal ich äh aber das ist sand ich will jetzt nicht kilometerweit suchen jetzt hier kann ja ein bisschen fliegen sand einfach ja das ist schön ich werde jetzt keine chance gibt's aufmachen ohne jama kann man mit dem Ding eigentlich auch abbauen äh nein kann man nicht das ist schade ich hab ja diese zig touch spitzhacke ich kann es mal probieren warte mal ich noch ähm warte mal ähm genau mach mal nein man kann sie nicht auf äh abbauen schade so äh muss doch irgendwie funktionieren ok mach ich mir jetzt einfach mal eine möglichkeit gibt einfach mal so so bin ich auf der suche nach pflanzen von botanier so wenn ich Glück hab finde ich welche was äh das geht ja nicht sollte auch normale pflanzen mitnehmen ich könnte eine schaufel gebrauchen angejogen bau dir eine ich kriege auch eine äh schneebälle ja ne ist klar ich will keine schneebälle ich will sand dann tonende habt ihr jetzt 41 abgebaut ja ich werde ein bisschen mehr brauchen als das äh ja denke ich erstmal für den Anfang dass wir hier bin noch auf der suche nach wüste ähm überall fenster machen können und alles ja ich bin noch auf der suche nach wüste momentan ist hier aber alles schnee ja aber hier ist doch sand ja aber nicht genug und außerdem hoffe ich auf eine pyramide oder was wenn du nicht mal so eine so eine vernünftige schaufel machen vielleicht echt mal hey brauchen wir kürbisse äh kürbisse ich weiß es nicht nimm einfach mal mit ja Nummer 1 ob ich das auch mitnehmen sollte geht das eigentlich damit jo das geht damit ja Gunther zum äh zum Verzauberungsding fürs Ritual müssen wir ja nicht mehr das Ritual ist ja fertig und ich fliege der Sonne entgegen Moment wo ist er nicht der Sonne Moment wo ist er nicht der Sonne ich halte dass das mit dem Sand nicht auch so geht hier das heißt ich muss den ganzen Quatsch per Hand abbauen und das stört mich ah meteorit 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 so soll ich den soll ich den aufmachen oder sollen wir das Zeug einfach craften äh meteorit keine Ahnung ah da ist das Zeug drinnen was man braucht für die ME Kablonen und sowas mach doch lieber mal eine Feuersteinschaufel wenn du gerade oben bist ich bin doch nicht oben wo soll denn da oben meteorit sein ach so ja das ist blöd weil so so brauche ich ewig hast du nicht deine Portal Gun dabei die Breithacke bringt hier gar nichts hast du nicht deine Portal Gun dabei äh doch aber ich will das jetzt nicht umsetzen okay wohin wichtiges führt denn dein Portal das weiß ich eben nicht weil irgendwas wichtiges wird schon sein denke ich ja ganz wichtig es ist immer noch nicht die Truhe ich krieg ja Sand zusammen ich krieg ja Sand zusammen das ist ja alles kein Problem gibt's doch nicht okay ähm gute Truhe wir haben jetzt zwei Stacks etwas mehr als zwei Stacks ne ja da da ist er Elektrum Nuggets und Gravur Silizium Druck Schablone aber ich würde sagen wir machen das hier weiter in der nächsten Folge ne nächste Folge Zeit ist schon wieder rum so früh ja ja das gemeinheit ja ich weiß ich weiß aber ich will das auch nicht zu lange machen ja weil weil die meisten die haben da nicht die Ruhe für da drei Stunden Video zu gucken okay ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen obwohl wir hier hauptsächlich Sand gefarmt haben und so ein Zeug ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss 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 tschüss